Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3, wieder mit Bino Lino und Kari. Hallo ihr beiden. Hallo. Alter, was ist denn da unten? Ist das ein Troll oder so? Ja, und ein Troll. Wache Gurgon. Soll ich mal mit dem reden, damit wir hier durch diese Tür kommen, zu unserer Hütte? Das hört sich doch gut an. Okay, ich gehe erst zur Tür, bevor ich mit ihm rede. Ist der Zwerg schneller als ich? Da kommt so durch. Er hält mich nicht auf. Okay. Ich bin nur zu breit, du kannst dich aber vorbei. Bist du da schon reingegangen, Kari? Ja, ich höre gerade zu. Sollst du uns warten? Wir warten uns und Bescheid sagen. Ja, ich höre dir jetzt schon zu. Man kann auf das Symbol unten links von seinem Charakter klicken, rechts klicken und dann zuhören. Egal, wo du stehst, Bino. Hm. Oh, nice. Okay, sie fragt, was wir hier machen. Okay, was sollen wir machen, ne? Also, ich kann mein Glück nochmal mit einschüchtern versuchen. Ja, mach das, Mann. Ja, mach das, Mann. Wenn's nicht klappt, müssen wir eh angreifen. Scheint ja eh so. Oder? Ja, ich sag mal so, er ist alleine in dem Raum, ne? Ne, ich bin auch noch da. Ja, du bist ja. Und der Zauberer. Ja, ich noch nicht. Okay. Dann lauf mal schnell, Zwerg. Ich klicke nicht weiter. Ja, gut, warte. Noch geht. Ich handle erstmal ein bisschen. Ja, ich bin kurz vor der Tür, alles gut. Ja, wo bin ich jetzt drin? Gut, ich schüchere ein. Hörst du wieder zu? Ich hör zu, ja. Gut, Vorteil, ich hab zwei Würfel wieder. Nice, oh, nice. Meine Güte. So, ich mach spannend, ey. Ich denke mal, du verkackst, weil das so eine schwierige Sache ist. Okay, okay. Normalerweise stecken wir dir foreign-types in die Spide-Pick. Aber die Absolut sagt, wir machen jetzt alles schön. Also, wenn du gehst, Spide-Pick. Hm, okay. Verschwindet, würde ich benutzen. Ja. Ich will nicht zu ahnungslos klingen. Hm? Wahre Seele, gut. Die wahre Seele, ist das die Heilerin, die wir suchen? Könnte sein. Könnte sein. Oh, oh. Echsenmeister rechts. Hinten auch noch drei. Oh, eine Riesse-Ansprechung. Ich weiß nicht, du hast dich in Dialogen mit den Würfeln bist du nicht so doll angestellt. Ich habe jeden geschafft. Der ist spitze, die alle verkackt. Ja. Und dein Einschüchterungswurf. Mein was? Der letzte Einschüchterungswurf, den du mit elf verkackt hast. Wow. Einen. Ich habe noch keinen Einschüchterungswurf verkackt. Ich werde hier nochmal sehen, was ich, äh... Oh, ich habe eine Giftresistance, das müsste ich mir mal merken. Okay, ich bin bereit. Okay, sollen wir? Ja. Aber mit ihr reden? Ja. Dann macht ihr mal. Gott. Jetzt ist jemand speziell. Der Absolut hat dich beobachtet. Pris, das Guck braucht dich auch beobachten. Halt deine Arme, damit ich dein Fisch beobachten kann. Oh, Gott. Ich bin hier, um eure Gedärme auf dem Boden zu verteilen. Oh, Gott. Ja, ich lasse euch doch nicht einfach so einmal auf ewig mein Fleisch brennen. Ein, drei. Vielleicht hast du es nicht. Vielleicht hast du es nicht. Nach allem, du bist besonders, nicht wahr? Ja. Wie ich. Ich bin hier. Ja. Das ist ja halt. Ich dringe tiefer hinein. Und ich sah einige wunderschöne Schäden, die in deinem Kopf in deinem Kopf gewinnen. Vielleicht kann ich damit helfen, dass wir wahrsten Menschen, die uns für einen anderen schauen müssen. Aha. Die drei? Ich wüsste jede Hilfe zu schätzen. Ich brauche einen Heiler. Du bist in deinem Kopf gewinnen. Mit dem Absoluten Willen, ich kann alles fixieren. Wir sprechen mit dem in meinem Kopf. Es ist private. Einige, diese Leute, interferieren mit der Verkaufs-Soul-Business. Ich bin der Verkaufs-Soul. Wir wollen den Weg. Warte. Die Verkaufs-Souls sind nicht effektiv wie wir. Warum denken sie, dass sie mit einem Gott sprechen? Hm. Ihre Mächte sind real genug. Vielleicht ist da ja was dran. Uh. Zufall sein. Götter mischen sich doch immer ein. Was stimmt, aber ob der Gedanken scheint, dass die Erklärung verletzt sein könnte. Inhaben? Ungedacht. Ganz jung. Hm. Das ist absolut. Okay. Na ja, dann mal... Dürfen wir jetzt überhaupt mit rein? Oder fangen wir dann direkt den Fight an? Wie? Es sieht noch gar nicht nach Kampf aus. Fühlt sich da voller an. Guck mal, hier sind jetzt aber Menschen. Siehst du das da längs? Hm. Hm. Und Haltlinge? Hm. Händlerin. Oh. Oh. Der Raum da links neben ist voller Fester. Da könnten wir richtig was mit hochjagen. Hm. Hm. Okay. Gehen wir erstmal zur Heilerin rein. Okay. Wir können uns hier auf jeden Fall anhören. Wir sind hier private. Ich... Der Letzte macht die Tür zu. Das ist der Magier, den musst du trotzdem spielen. Ah, jetzt rede ich mit dem blöden Magier. So. Hey, komm her! Ich warte nicht. Gut. Hier liegt nix herum. Wir können nix aufnehmen. Okay. Und nicht. Ready, um deine Kopf zu öffnen? Okay, sie möchte meinen Kopf reinigen. Immer noch skeptisch, was Goblins angeht. Oh, ich... Ich weiß nicht. Ich sag ja, bereit. Dann darfst du entscheiden, Kari. Ja. Warte, ich kauf gerade... Heiltränke von ihr. Was? Wir sind voll immersiv in der Story drin. Ja, warte, ich komm voll auf Heiltränke. Ja, was wollt ihr genau tun? Das möchte ich erst verstehen. Nein. Okay. Wir werden geliebt. Dann müssen wir wohl, ne? Dann müssen wir wohl. Das ist ne Falle. Raus mit euch. Der Letzte macht die Tür zu. Bist du sicher? Wasserfass? Ja. Ich bin sicher. Direkt hinter der Tür, wenn du uns brauchst. Direkt hinter der Tür, wenn du uns brauchst. Ich... Machen Resistenzzauber gleich. Warte, ich muss den Magier von mir wegkoppeln. Sonst wird das nix. Letzte macht die Tür zu. Ja. Ein bisschen Privacy hier bitte. Voll immersiv in der Story drin. Hör auf den Zug. Hör auf den Zug. Okay. Ich hab jetzt ein paar Rettungswurfzauber selber gegeben. Äh, ganz kurz. Äh, wie kann ich jetzt dem Dialog folgen? Wie geht das nochmal? Äh, jetzt einfach auf Kari klicken. Wenn das Ohr da drüber packt. Achso. Ja, gut dann. Easy. Ja, ich bin bereit. Wer auch immer das ist. Ich muss den Geist gestatten, sonst macht das ganze ja keinen Sinn. Ja. Das ist richtig. Wir gehen mal mit dem Flow. Und du schaust durch ihre Augen. Als ein Tadpole schwirrst in ihre Schau. Hör! Wir müssen das Ding rausfangen, bevor es irgendwelche wichtigsten Teilen zu deinem Kopf hat. Ich werde die drei wählen. Ich bin ziemlich sicher, dass in eurem Kopf auch so ein Parasit zappelt. Warum hat sie ihn noch nicht selbst entfernt? Nein. Hallo. Es ist mit deinem Kopf. Du siehst Dinge. Du siehst wahrscheinlich auch. Du siehst auch. Ja? Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Hol es raus. Ich opfere mich für diesen ersten wichtigen Schritt. Gott, ich bin aufgeregt. Uh. Selbst wenn ich mein Augenlicht verliere. Kalimbo wird mich leiten. Ich bin bereit. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich höre mir den Plan nicht an. Das würde mir nur unnötig Angst machen. Und ich glaube, sie glaubt da wirklich dran. Das trink ich nicht. Zum Glück bist du nicht in diesem Raum. Wie ist er hinter mir gekommen? Siehst du das im Hintergrund? Ja, ja. Das Grächtvoll steht da. Keine Ahnung. Ich höre das an den Rücken. Reingebogelt. Oh Gott. Was ist das? Erstmal wieder die Tür zu machen hier. Wo ist er? Hä? Wir sind weg. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Er ist weg. Hä? Kannst du die Tür öffnen? Warte mal. Äh, ja. Du bist ja auch ziemlich gut ins CS-Bar, aber da kriegt man schon mal auf die Fresse. Tut mir leid. Verdammt. Wir haben leider verloren. Ich dachte, das ist eine schlechte Idee. Hat es geklappt? Ja, noch nicht. Ich mach nochmal. Ja, jetzt. Okay. Könnt ihr mir jetzt so sehen? Nein. Nein. Geständlicher Tempel. Alter, wo bist du, Kari? Wir wissen nicht, wo du bist. Hier ist ein fetter Troll. Da ist er. Wo? Kann ich jetzt zusehen. Jetzt. Ja. Sollen wir schon mal zum Eisentor gehen? Ich hörts jetzt zu gerade. Achso. Gut. Ich mach auch. Ja. 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 Alter, wir müssen die fertig machen, die Alte. Die ist wahnsinnig. So. Das reicht. Was ist mit der los? Wohin rennt die? Okay. Okay. Na gut, egal. Scheiß drauf. Wir befreien ihn. Ich werd meine Ketten mit meinen Muskeln sprengen. Oder auch nicht. Warte, ich geh mal auf helfen. Oh Gott, da kommt der. Was kommt da? Was kommt da? Da kommt der Fettsack. Der Fettsack. Bleib wach. Der Fettsäck. Nein. Kann man noch? Der Magier hier? Einer muss den Magier noch holen. Hab ich. Hab ich versucht, aber das geht nicht. Alter, was machen wir jetzt? Kann Kari gleich machen. Wem redest du schon wieder, Kari? Mit niemandem? Ich bin mit mir selbst beschäftigt. Ich schone meine Kräfte. Ja, müssen wir jetzt. Oh Gott, jetzt kommt der Fettsack. Oh Gott, jetzt kommt der Fettsack. Nein! Bringt nix. Wir müssen den angreifen. Fehlschlag. Ja sicher. Äh, ich helf grad noch nicht, weil ich grad noch zuhöre. Alles klar, machen wir sie weg. Ja. Okay, wir sind hier drin schon mal eingesperrt. Das ist schon mal gut. Ja, weil ich die Tür zugemacht hab, damit der Fettsack hier nicht reinkommt. Ja, 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 richtig. Smart. Er versucht die Tür zu eins. Sehr smart. Ja. Okay. Kari darf beginnen. Nein, Skyfall ist dran. Skyfall ist dran. Mhm. Töte die Alte. Guck mal. Guck mal. Und was du da? Zielsicherer Schlag und dann Fehlschlag. Wie geil ist das denn? Und auch noch von hinten, ja. nichts funktioniert okay das eisentor in dem schlag stand okay ich werde das stärkste auffeuern was ich zu bieten habe ja macht sie erst mal weg vielleicht haben wir das große viel dann 25 prozent chance zu treffen damit wtf warum nur so wenig alter dass das feuer steht daneben da ist wir stehen daneben guck mal ich kann ja auch diesen skill nehmen aber das ist besser nicht okay 25 prozent chance ja erfolgt schaden die hälfte direkt weg der ist so im bahn das ist unfassbar ok ok hau die alte weg vorbereiten also ich mache nicht tatendrang dann können wir nicht kann ich gleich lieber beim troll machen ich würde mich nur zwischen euch stellen vielleicht oder ich gehe gleich auch zurück also ich gehe gleich zurück um wieder vom fernkampf her ich kann mich nicht mehr bewegen die seite denn her gelaufen von links die tür rein kam von der tür genau kannst du durch die die tür schießen noch beim bogen was auf den immer geschwächt wird ich ziehe dem magier einmal nach und kommt zu euch ja ich kann den ich könnte den erreichen wenigstens schon mal an hinten ja ich habe den geschlag ich habe den geblendet mit magier der kann uns nicht treffen der wird wahrscheinlich das tor jetzt nicht einschlagen können wir glück haben ja aber er geht jetzt auf den magier ja aber er geht jetzt auf den magier ja aber er geht jetzt auf den magier oh scheiße oh gott der magier der kann ja gar nix der darf gleich erst mal zurückgehen können wir nicht gleich einfach hier die treppe hoch also die leiter hochzetten sollen wir uns hier drinnen verschanzen den magier kommen lassen nä ähm der magier schafft das nicht mehr oh ne magier ist nö das kannst du knicken Können wir nicht rausgehen und wo der Troll gerade steht? Rechts ist eine Leiter. Kann man da nicht hochklettern? Da. Ja, vielleicht geht das ja. Sonst sehe ich hier nichts sinnvolles. Ich werfe gleich sonst die obligatorische Ölflasche, ne? Ziehpunkt nicht erreichbar. Nee, komm da nicht hin. Jetzt habe ich schon Spurten ausgewählt. Scheiße. Ja, das ist gar nicht schlecht. Lass uns mal irgendwie hier verteilen oder so. Der kommt so oder so zu uns. Du musst da weg. Blockierst die Tür. Blockierst die Tür, Kari. Ich habe keinen Richter mehr frei zu bewegen. Ja. Dann töte ihn. Ich muss zu verändern. Ich habe nichts. Nichts mehr machen. 15 Schaden ist gut. Sehr gut sogar. Wenn wir schnell genug sind, können wir dem Magier vielleicht aufhelfen. Mhm. Also, ich mache jetzt mal... Du kommst hier eh nicht raus. Tatsache. Kari steht in der Tür. Ich habe es doch gesagt. Nimmst du ja nochmal Spurten. Ich habe es doch gesagt. Ich habe eine Bonusaktion. Mir macht das nichts, wenn ich das benutze. Ach so. Auch wenn du eine Bonusaktion hast, ach so. Anstatt zweimal anzugreifen. Mit Fernkampf. Na komm mal nice. Guck mal hin. Aber noch geblendet. Jetzt so gut. Und Dinge im Auge. Du darfst dein Zug auch beenden. Ja, Sekunde, Sekunde. Okay. Ähm. Na, das war's mit ihm. Immerhin haben wir jetzt noch einen Zug. Dann lass mich hier raus. So weit, wie wir werden. Ich habe mich bewegt. Jetzt geht's. Ja, warte. Kann ich Bonusaktion... Oh. Oh. Das ist so krass, wie viel das abzieht. Mhm. Mal einen bedrohlichen Angriff. Fernkampf. Höllender Angriff. Fernkampf. 20 Prozent. Okay. Ui. Ich bin schon am Boden. Datendrang. Ja, scheiße. Ach, ich dachte, ich könnte mich jetzt nochmal bewegen. Von Fernkampf Angriffen und rohlichen 50 Prozent würde es nicht geben. Ah, nochmal elf abgezogen. Immerhin. Okay. Was heißt denn Bonusaktion? Das habe ich auch bei mir unten drunter. Ähm. Alles, was links ist, ist eine Bonusaktion. Ah, okay. So was wie Stoßen, ähm, Verstecken, Eintauchen, Springen. So schwer zu stoßen. Ähm. Äh, ja, ich bin fertig. Hast du keine Fähigkeit mehr? Habe ich da jetzt gerade gemacht? Ich habe den doch abgeschossen. Achso, okay. Mit einem Giftpfeil. Ah, sehr gut. Der kriegt jetzt jede Runde, ähm, Schaden. Muss ich mal eben gucken. Bringt die Rüstungsklasse um zwei die Säure. Das war auch gut. Oh, nicht schlecht. Das ist der Fehlschlag von ihm und ich habe nochmal der Gegend. Und eins abgezogen. Geil. Das war gut. Boah, war mit dem viel reden? Das war hart, ey. Ja, also ich habe das nur bewusstlos geschlagen. Ja gut, aber wir können es ja jetzt töten, oder nicht? Das ist irgendwie. So, tot. Vorratspaket. Das ist gut. Sehr gut. Äh, sollen wir den Dude da mal wiederbeleben? Habe ich schon. Ach, perfekt. Hab ich schon gemacht. Die alte haben wir getötet, ne? Die war schon hier drin tot, ja. Schriftrollen, 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 Drang des Giftes. So, vergoldete Truhe. Erfalle. Ja. Das ist aber nicht. Ungewöhnliches Abulett. Stärke durch Leid. Andere Zauber als Zaubertricks bewirken zusätzlich 1d4 Energieschaden. Das ist was für euch. Ich könnte echt mal eine neue Armbrust oder sowas gebrauchen, ne? Boah, Hildränke, geil. Die sind für mich. Tagebuch der Priesterin, das kannst du lesen. Wir machen mal eine kurze Raste, um uns zu heilen, oder? Hm, finde ich auch gut. Okay. Hier ist noch ein Buch drin, Kari. Fragebuch der Priesterin, rechts neben dem Bett. Wie Kari einfach immer die ganzen Briefe und Bücher bekommt. Ja. Er ist der Gelehrte von uns. Let's see. Hm. Was ist das? Wiest du vielleicht laut vor? Ja, ich hab das Buch gar nicht aufgemacht. Ich hab was anderes geguckt. Aber ich kann das gerne machen. Im Lesen. Ach, es geht wieder um Selun. Die, das ist die Göttin, die wir in der Olbeer, ähm, Olbeer-Höhle hatten. Selun durch die Nacht uns lenkt. Ihre Tränen sind die Stern. Die Schwester bald schon sie verdrängt. Doch nachts hält Angst, sie fern von uns. Schar befreit von Trauer das Herz. Durch schwarz-dunkle Nacht sie schafft. Verbirgt Geheimnisse und Schmerz. Und eure Freude, eure Kraft. Hm. Silvanus, der Gott der Wildnis. Gott des Zaubers aller Natur. Wagt nicht zu schänden. Sein Wildnis bringt Schaden, Kummer euch nur. Das muss, müssen wir uns merken. Wenn wir Silvanus irgendwie irgendwo mal antreffen. Am besten nicht anklicken. Nix mitmachen. Hast du noch irgendwas gefunden? Ja, ein Goldring. Denkt dran, ihr könnt Alt drücken, dann seht ihr alle Items, die so rumliegen. Hm. Ah, hier ist nix mehr. Geben wir hier die Grotte, den Weg runter? Ja. Ist das ein Jump'n'Run, oder? Ne, das sieht nur cool aus. Oh, seht ihr das hier über der Tür? Nee! Okay. Seht ihr die Augen über der Tür, die Sterne? Ja, ja. Das sieht ein bisschen gruselig aus. Ja, das sieht sehr gruselig aus. Oh Gott. Mach dir erst mal Licht. Denkstwerk wieder, weißt du? Ja. Einschreibe. Nachtforschung. Ah! Das ist das Augenrätsel mit den Sternen, die wir am Türeingang gesehen haben. Ah ja. Und er ist rätselig. Hä, aber welches Augenrätsel? Ich rufe die Rätseln. Das sind doch Mondphasen, oder nicht? Das ist doch Vollmond, Halbmond und so weiter. Hm. Und hier irgendwo muss die Lösung sein. Ja, ich würde jetzt einfach chronologisch nach den Mondphasen gehen, oder nicht? Hier hat er einen Hebel gefunden. Oh, oh. Glaub ich, erst wenn wir die richtige Einstellung getroffen haben, oder? Hm. Hier sind zwei, oder? Nee. Soll ich nochmal in der Tür gucken? Sieht wirklich aus wie die Symbol an der Tür. Verschlossen. Ich kann den Hebel knacken, ne? Wenn du willst. Ja, warte mal. Ja. Mach das mal. Ich komme an der Tür. Nee, hier sind keine Mondphasen drauf. Hier sind nur Sterne und zwei Augen. Okay. Ich habe den geknackt. Gucken, was passiert. Oh. Eine Tür hat sich geöffnet. Hier oben. Ach, schön. Okay. Der braucht schon Rätsel. Das ging einfach als gedacht. Wenn das das ist, ne? Ich weiß ja nicht, was das hier noch auslösen kann. Wahrscheinlich zu seinem Tod. Ja, wie immer. Die Tür hier hat auch... Oh, hier ist noch Logbuch der Sendungen. Mhm. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ich gehe die Holzleiter gerade runter und habe eine Zwischensequenz. Alter, geht das tief. Oh, ho, 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 ho. Wo weit seid ihr denn schon wieder? Willst du das wirklich wissen? Wir sind so ungefähr im Erdkern. Mhm. Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Seloniten. Oh mein Gott. Was zum Hänkern machen wir hier? Von einem Abenteuer ins nächste stürzen. Ein Ölfass. Swift is my feet and carry me. Und dann haben wir noch mal Licht. Ja, ich auch. Kannst du die Tür hier knacken? Dahinter ist eine Truhe versteckt. Bei mir. Harry, ich lege dir alle Schriftrollen bei dir ins Eventar, ne? Oft mal bei Kämpfen, du hast Schriftrollen. Oh, 20 Schwierigkeitsgrad. Das ist sehr schwer. Oh. Ich habe jetzt nur eine 11 gehabt. Ich mache noch mal. Ich habe einen Helm gefunden. Ja, Mann. Nice. Anziehen. Was macht er jetzt diese Helm bei 1 Gepolze? Dann lass das feststellen. Ich habe jetzt wieder nur eine 8. Hier ist noch ein Hebel. Das ist noch ein Großschwert. Ah. Das war aber noch ein Jutesack. Was ist drin? Nichts Besonderes. Nur Schriftrollen wieder. Oh, hier ist auch wieder ein Auge. An der Wand. Ah. Ich habe alles in die Luft gejagt, ich Idiot. Wir gehen einfach mal an den Mondstein. Hilfe, ich brenne. Jetzt nicht mehr. Ich mache jetzt einfach mal etwas, okay? Und ihr guckt, ob das eine gute oder eine schlechte Idee war. Mhm. Können wir einen Chip abgeben? Okay, ich mache doch nichts. Soll ich keinen Fernangriff. Doch, die zwei habe ich. Das Ziel muss lebendiges Wesen sein. Greif mal immer den Stein an, aus dem das Licht da oben kommt. Der Mondstein. Geht nicht. Hier ist ein Großschwert. Hast du das schon gesehen? Benton? Hier ist ein Großschwert und ein Kriegshammer. Wo? Hier, bei mir, in der Kiste. Oh. Großschwert ist schlechter. Kriegshammer ist auch schlechter. Aber ist nicht schlimm. Trotzdem können wir verkaufen. Oh, ich habe Notizen und einen Schlüssel gefunden. Schlüssel ist bestimmt wie hier hinten, für das Pfeilgitter. Alter, was ist denn das hier für ein fettes Hüllesystem noch? Ähm, so. Ich lese mal die Notiz vor. Mhm. Dieser Ort ist finster. Ah, das Licht der Dame leuchtet hell. Gerade als die Drow um ein Haar durchgebrochen wären, versammelte Jarrus die letzten Eingeweihten zum Ansturm. Ein Moment lang erstrahlte die Höhle im Glanz von Celunes Licht. Ich wäre zu gerne mit ihnen gekommen. Wunde hin oder her, aber Jarrus bat mich, das Tor bis zu seiner Rückkehr zu halten. Ich soll außerdem Aufzeichnungen machen, daher lasse ich etwas Platz frei, um seinen Sieg zu berichten. Leerzeile. Echt jetzt? Es ist Tage, Stunden her, dass wir den Tunnel zum Einsturz gebracht haben. Sie sollten nach der Schlacht zurückkehren. Leider kann ich mich nicht hier herausgraben. Meine Augen gewöhnen sich nicht an die Dunkelheit, aber ich kann hören, wie sie die Toten plündern. Es tut mir leid, ich habe die Totenrieten noch nicht gelernt. Aber ich werde das Tor halten, das verspreche ich. Der letzte Eintrag ist kaum erkennbar. Er besteht eher aus schwachen Kakeln als lesbaren Buchstaben. Tut mir leid. Fehler wurden begangen, Fehler wurden begangen. Jupp. Tor offen? Tor offen. Wie hast du das gemacht? Den Hebel, einfach rechts daneben benutzt. Ja? Warum bist du nicht einfach von hier gesprungen? Von wo? Ach so. Ja. Mach mal die blauen Dinger weg. Wieso gehst du da durch? Ich habe doch gar nicht gesagt. Fehler wurden begangen. Ich wusste nicht, dass das so ein Fehler war. Auf jeden Fall, ich kann die Steine nicht kaputt machen. Das geht nicht. Ich auch nicht. Und das Licht kommt von hier drinnen. Also, wenn ihr den Mondstein nicht kaputt bekommt mit auch den Bögen, dann haben wir Pech gehabt. Geil, hier ist eine schwere Armbrust. Ey, schwere Armbrust-Typ. Von da oben. Schieß mal runter auf diesen leuchtenden Steinen in der Mitte. Ja, Sekunde. Ich rüste die nur eben aus. Okay, ich habe nur noch einen Schein gekriegt. Klappt das? So. Was soll ich machen? Auf den Mondstein schießen, wo dieser Leuchtstrahl rauskommt von der Statue. Also, ich soll quasi... Ah ja, alles klar. Hab. Hab ich. So, jetzt kannst du sicher durchlaufen. Ja. Nice. Ich habe eine neue Armbrust. Ja, ordentlich Loot. Tagebuch der obersten eingeweihten Jahres. Gut, aber auch mal Zeit, dass wir uns hier... ...ordentlich ausrüsten. Das hier, wo ich stehe. Kurzschwertzeug habe ich... Ja, pack mir da mal ins Inventar. Hab ich, ja. Hast du das Tagebuch mitgenommen? Ja. Ja. Let's be on my body. Okay. Okay. Im Tagebuch stehen diejenigen, die gefallen sind bei der Verteidigung. Der Tunnel wurde zum Ansturz gebracht, damit die sich durchkämpfen können. Und falls nicht, lege ich eine Liste von Namen bei, werden wir sie alle Entenbögen. Die Analen sollen zeigen, dass der Grund stets derselbe war. Ein gewisser oberster Eingeweihter Jaros wollte seinen Namen in den Geschichtsbücher seiner Kirche verewigen. Er wollte einen Weg durch die Dunkelheit schlagen, ohne jedoch zu wissen, dass einige Orte niederzumstimmt waren, von nicht berützt werden. Er war ein Narr. Er hat nur Stiefel gefunden. Nur Stiefel. Richte Stiefel. Diese Pilzsporn sind überall. Die Hülle erinnert mich an eine ähnliche aus Skyrim. Meint ihr die Pilzsporn? Ah, da kommt was, da kommt was. Oh Gott, da kommt wieder über diese Brücke. Oh Gott. Minotaure? Minotaure? Was? Alter. Zwei Stück und wir sind nur zu zweit. Kleriker Hardcore down. Okay, ich kann erst mal reden. Sag mir, dass ich mir die Stimme nicht einbilde. Deinen Geist im Gesicht ist ja seltsam, die Stimme zu Ruhe bringen. Okay. Wäre für Flucht. Alter, das gibt's doch eine 76. Wir sollten hier noch nicht sein, glaube ich. Wir sind zu schwach hierfür. Ich glaube auch. Warum bist du... Wir müssen dir ja helfen. Warum bist du tot? Weil der Minotaus auf mich losgestürmt ist und mich geworden hittet hat. Danke. Ist mal wieder da. Gibt's doch gar nicht. Zu schwer zum Stoßen, scheiße. Ähm. Ja. Wollt ihr ihn jetzt bekämpfen oder lassen wir es sein? Müssen wir, oder? Das ist auch gerade nichts besseres. Oder wir fliegen jetzt. Ja, weil der Zweite sind... Gibt's doch diese Rückzug-Aktion. Feind so nah, der kann ich nicht machen. Echt nicht? Ähm. Mit dem Mage kann ich den... Ähm. Ne. Mit meinem Kleriker kann ich den gleich schlafen legen, falls ich überleben sollte. Kannst du den wegschubsen, dass der mich nicht als erstes im Fokus hat? Zu spät. Äh, zu schwer. Kannst du... Ne, wenn du mich wegschubst, dann könnte ich... Egal. Lauf nach vorne und schubst mich weg, dass er mich nicht tötet. Dann kann ich den schlafen legen und wir können wegrennen. Gute Idee. Und wenn ich weit hinten bin und tot sein sollte, kann der Mensch mich wiederbeleben. Nice, good job. Okay, angreifen kann ich ihn nicht mehr. Ja. Brauchen wir auch nicht, wir wollen ja fliehen. Ich kann ihn mit dem Mage aufhalten und mit dem, ähm... Dings da, mit dem... Kleriker. Okay, ich muss den Zug beenden, ich hab nichts mehr. Nein! Boah, Glück gehabt! Fehlschlag. Was für ein Glück. Ja. Lass mich kurz mal durch meine Skill-Leiste gehen. Was war das? Das war, ähm... Rutschige Flüssigkeit, dass er eventuell hinfällt. Ah, okay. Hm. Irgendes Geschoss. Ich hatte doch irgendwo Schlaf. Wo ist das hin? Gibt's da noch ne Schriftrolle dafür vielleicht? Ich meine... Ich guck mal. Ja, warum greift der mich denn jetzt an? Keine Ahnung. Ähm... Meine Runde ist auch noch gar nicht vorbei. Ach, weil du an dem Vorbeigelaufen bist. Du musst größeren Bogen machen, wegen diesem Gelegenheitsangriff. Okay, verstehe. Also, du könntest den jetzt schlafen legen, oder? Warte, ich muss die Schriftrolle essen, wenn wir ein Tafing. Stille, zuerst schall dich der Kugelkreaturen, werkt zu sein, verstumpft und nun in Schalcher an die Wunden verursachen. Okay, habe ich die vielleicht schon mal benutzt? Weiß es leider nicht. Gedanken wahr, nee. Manche Gretzuren zu lesen, nee. Das ist kacke. Das ist mega, mega kacke. Dann... Ich kann uns auch nicht alle heilen. Ich habe kein Gruppe mehr. Ich habe Heiltränke. Kari, warte mal. Ich habe noch eine Schriftrolle für dich. Die heißt Verstricken. Lässt Ranken aus dem Boden schießen. Lässt Ranken aus dem Boden schießen und dann kann er sich nicht bewegen. Die habe ich dir gerade reingepackt. Vielleicht ist das ganz gut. Ja, Verstricken. Ich kann das ja eh nicht benutzen. Das könnte aber, glaube ich, auch mich irgendwie fesseln. Aber ich versuche es erst mal. Das ist unsere beste Chance, bis der den Magier erreicht. So. Ach so, es ist ein größeres Feld. Deswegen, ja, stimmt. Warte, ich habe eine Heilungsmonos-Aktion für mich selbst. Und jetzt gucke ich, dass ich von dem wegrennen kann, ohne geschlagen zu werden. Okay, ich habe mich auch mit selber verstrickt. Das Gute ist, ihr, egal, ihr könnt jetzt fliehen und hier nachts der Mage dran. Ich kriege, wir kriegen das hin. Ihr rettet euch selbst. Ja, wenn ihr tönt, ist es doch. Haben wir noch Schriftrollen der Wiederbelebung? Ja, du hast selber noch zwei. Ich habe auch eine. Ich habe fünf Stück. Ja gut, dann ist das gut. Oder nicht fünf, eine. Wie auch immer. Ich gebe einmal dir die Schriftrollen von Kari. Ja, wie leben wir dich wieder, wenn wir flüchten? Der Mage, kann ein Mensch das nicht? Ja, der Mage kann schlafen liegen, wenn das funktioniert. Nee, ich glaube, hat nicht geklappt. So, aus, ne? Okay. Dann gucken wir mal. Ja, sicher. Wow. Was war das für ein Entry? Mhm. Was machen wir? Ja, wir müssen abhauen. Geht nicht anders. Ich habe noch zwei Tränke der mächtigen Heilung und zwei Heiltränke. Willst du damit sagen, du willst angreifen? Ich glaube, du willst trotzdem one hit. Ja, wieят. Ja. Nice. Schon mal gut. Könnt ihr doch gehen? Ja, geh außenrum, genau. Geht nicht. Alter. Was ist mit dem? Wie heftig sind die Minotauren? Ich könnte Kari gleich wieder aufheben. Ja, mach das. Wenn ich, dass ich wieder dran bin. Jetzt fragt an, ob der Minotaurus wieder aufsteht. Oh Gott. Jetzt bin ich auch tot. Der lässt sich nicht wegschubsen. Also auch nicht mit dem Skill. Das wird heftig. Das wird gar nichts. Ich glaube, wir können direkt neu laden oder die Folge beenden. Nichts. Wir versuchen es wenigstens. Ich habe noch 24 Trefferpunkte. Der war bei dir. Ich habe noch 15 Trefferpunkte. Was war das denn? Wie ist der denn bitte aufgestanden? Oh Gott. Wir gehen noch zu gleich zu Tränken. Äh. Wo war es in der Blutung? hat jetzt irgendwie nichts gebracht was ist wohl mit der blutung die prozent nur 15 schaden er blutet zumindest wieder 23 leben fertig alles klar ich habe es mit zwei minuten ist eine springerei alles klar kannst du mich aufheben aber das schlägt ich finde vorbei läuft das auch blöd kann ich aufheber du hast nur ein hp zu danach dran das andere minuten das problem ist egal wenn du aufhebst das ist immer der andere rette dich einfach selbst und rennen das ist nicht im stich zwei angriffen noch sicher okay so jetzt kann es aber ein aufheben wie lange ist da verängstigt kann man das sehen eine runde ansonsten nichts mehr machen könnte die jetzt noch einen drang der starken heilung geben wenn mich so verteilt aber ansonsten habe ich selber starke mächtige heilungsstränke ein hast du dann behalte ich die beiden dich wir liegen nur einer ist tot ja okay dich brauche ich gerade nicht heilen nein 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 entweder ich gehe jetzt nach hinten und hinten an Skyfall wenn ich sprinte könnte ich den vielleicht aufheben ja oder ja selbst mit sprinten komme ich nicht zu ihm hin schwieriges gelände ich habe reduzierte bewegung aber ich kann mich zumindest in Sicherheit dann gehe ein bisschen zurück genau versuch doch vielleicht auf diesen Felsvorsprung zu kommen kann man da hochklettern so anders geht nicht da ist ein Ölfass ne hier an der Ecke vielleicht hilft das dir ja ähm ich werde einfach erstmal meinen mächtigsten Zauber rausholen ich habe und hoffe dass da etwas Schaden macht ja ist gut komm triff nice das war schon gut okay wenigstens wird es getroffen das war 15 war der schwächeste wofür ich machen konnte mit dem Stichhack klar sauber immer noch verängstigt das ist sehr gut ah okay wo hat er den Zwerg hingepustet ich bin mittendrin 57 der hat noch 32 ich versuche erst den wegzumachen äh ja der hat mir 16 Schaden gemacht ich muss noch einen Trang nehmen boah alter der macht aber gut Schaden der Zwerg du okay das muss ich aushalten Fehlschlag ja jetzt helfe ich ihm hallo okay mach das hallo wie geht's euch gut hervorragend doch Ziel muss ein lebendiges Wesen sein okay kann ich nicht mehr habt ihr ein neues Spiel entdeckt kannst du nicht äh Dino helfen ne kann ich nicht ja ich bin quasi tot also der wurde verbrannt durch diesen ultra mega Angriff ja dann müssen wir das regeln ich versuche den jetzt so viel Schaden warte 3d6 macht der macht den der liegt weg ja 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 hau ich drauf aber ich kann nichts versprechen komm schon komm schon oh ja jetzt jetzt hau den weg nein 1 HP egal ich kann auf jeden Fall noch einen Heal auf ihn ah nee du brauchst keinen Heal ich brauch keinen Heal dann heil ich mich selbst ja das ist eine gute sehr gute Idee ja das gut oh ihr seid ja sehr beschäftigt dann viel Spaß noch ja danke danke ciao jetzt hau den weg ey mach ich den oder mach ich schon mal den anderen ne ja die Frage ist wer wann dran ist ähm der danach ist der andere dran ich kann den auch vor mir auf jeden Fall kaputt hauen wenn mein Nahkampfangriff nicht fehlschlägt ja dann also ruhig's mal ne ne mach ruhig den da vorne genau bei dir ja ja die zieht zu weit entfernt nein oh Gott ich hab kaum Schaden gemacht ich hab jetzt leider meine ganzen Aktionen ich hab jetzt auch keinen Überlegenheitswurf mehr schaffen wir's schon schaffen wir's schon wo ist'n zu schwer wenn der jetzt nur dich angreift dann hätten wir noch ne wir werden's jetzt erfahren ja ja viel Schlag viel Schlag sauber ahja komm dann alle einfach nur weg ja mein B10 ich nehm'n Skill mit ner sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit ok ok 80 EP Junge krass ja ich kann nur noch normal angreifen ja ich hab ja nicht irgendwie ein Regenerier-Nenne der ist doch schön verbrannt wir können jetzt auch nicht mit dem Kampf kurz rasten oder? nein das wär's halt, stopp, pause ja schade erstmal pennen gehen und dann sehen wir zusammen am Lagerfeuer ja Fehlschlag nein egal machen wir ja das sieht gut aus ich bin fertig nein oh Gott 21 kritisch tja ich kann nur noch drauf gehen ja soll ich dir helfen? aufheben? ich weil ich glaub dein Nahe ist der dran dann bin ich eh wieder weg ja 20 kritisch kritisch sauber treffer ok nice ok 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 kannst du eigentlich hinter ihn laufen und dann hast du automatisch einen kritischen Treffer geht sowas? ne weil wenn er an ihm vorbeiläuft dann hittet er den im gelegten gegenheitsangriff also besser nicht wenn er noch geschützt ging so ach ja wegen dem Amulett das ich dir gegeben habe fehlschlag das kann nicht sein ok ich kann mich jetzt auch nicht mehr heilen also jetzt musst du ja schon fehlschlag 27 ich hab noch ein HP und ich kann mich nicht mehr heilen dann musst du mich jetzt nein kannst du nicht ich wurde gerade genau eh gefistet wir gehören hier halt nicht hin noch nicht das war so knapp wir haben einigen gekriegt tage tage philosophiert mal 30 sekunden noch über diese niederlage dann haben wir genau eine Stunde da kann ich die Folge beenden Oh Gott. Scheiße. Verdammt. Ja gut, dann müssen wir das nochmal spielen, aber das dann erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen an alle auf YouTube. Ich würde sagen, in der nächsten Folge schaut gerne rein, würde mich sehr freuen. Ich sag tschüss. Ciao. Euer Benden. Ciao. Ich finde das cool.